Warum dein perfekt designte Newsletter einfach nicht verkauft. Die Frage ist doch, warum schreiben wir einen Newsletter? Und ich kann dir eine Sache sagen, die machen fast alle am Anfang falsch. Sie denken, Newsletter ist ein Branding-Element und sollte grafisch genauso schön sein wie die Webseite. Das sind so Beratungen auch von Agenturen, die häufig sehr designlastig sind. Und die wollen natürlich, dass der Newsletter im perfekten Corporate Design daherkommt. Und ich kann dir eine Sache sagen, das ist absoluter Quatsch. Solange bei dir vorne an der Firma nicht Adidas, Nike etc. dran steht, brauchst du kein Branding mit deinem Newsletter machen. Ein gebrandeter Newsletter, ein desiginter, bunter HTML-Newsletter wird schlecht dazugestellt. Denn jede HTML-Elemente sorgen dafür, dass deine Spam- und Werbewahrscheinlichkeit steigt. Also mehr bunte Bilder im Newsletter, höhere Wahrscheinlichkeit für Spam-Einstufung. Er wird seltener gelesen. Denn kontrollier doch einfach mal dein eigenes User-Verhalten. Du bekommst E-Mails in deinem Postkasten. Ich bin mir sicher, du bekommst am Tag 50, 100, vielleicht sogar 150 E-Mails. Was machst du? Du selektierst sehr schnell. Du versuchst herauszufinden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und wenn du jetzt eine E-Mail bekommst und es baut sich ein buntes Design auf, ist bei dir sofort Werbung im Gehirn geschalten. Und genau das willst du doch nicht. Du willst ja nicht in dem Werbetab im Gehirn landen, sondern du willst, dass deine E-Mail gelesen wird. Deswegen sollte deine E-Mail auch nicht aussehen wie Werbung. Das heißt, deine E-Mails werden seltener gelesen und sorgen dafür natürlich für viel weniger Verkäufe. Wenn du also einen Newsletter haben willst, der verkauft, dann ist Design eben nicht alles. Jetzt meine Frage an dich. Willst du einen lächerlichen Branding-Effekt erzeugen, der keinen messbaren Umsatz bringt oder willst du wirklich Newsletter versenden, die verkaufen? Dann solltest du das Design in den Hintergrund stellen und solltest dich eher mit dem Thema Strategie und Copywriting beschäftigen. Wenn du wissen willst, was ist genau die richtige Strategie für deine Newsletter und wie schreibst du E-Mails, die Menschen fesseln und dafür sorgen, dass sie bei dir bestellen, solltest du dir unsere kostenfreie Newsletter-Marketing-Masterclass abonnieren. Die findest du natürlich bei uns unten in der Beschreibung. Folge diesem Kanal für weitere Tipps für verkaufende Newsletter.